einen flauschen guten tag und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal in dem heutigen video sind wir nicht allein sondern mit dabei ist der zeus macht blub jetzt habe ich einen blub erwartet einen flauschen guten tag und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal in dem heutigen video spielen wir Minecraft Skyboard mit zeus macht blub ich habe immer noch Pyro ich habe ein Schwert für dich ich habe keinen Schwert jetzt habe ich selber eins ich habe diesen Coupon gekriegt und dafür spendiere ich dir jetzt ein Diamant Schwert finde ich nett von dir mein Freund aber ich habe schon ein Diamant Schwert aber ich aber du kriegst trotzdem ein Diamant Schwert aber wieso ich habe doch schon eins weil ich ein netter Kerl bin wow da geht ein richtig netter Kerl ok den holen wir ist er noch ein anderer ja ok komm ich jetzt den hol ich den hab ich ok wie kriegt ihr das Equipment na es liegt im Spinnetz das hole ich mir sehr schön ähm nice ähm ich glaub die wollen ne ich glaub die wollen nicht zu uns haha ne Spinn ja ich hab ne Spitzer Bauer komm ich da ran ja Moment nein ob ich sie jetzt hin hier ja ne ne bisschen scheiße ne äh 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 diese kannst du nicht sehen so hier einen hab ich jetzt der andere hier noch ja tschüss oh ich glaub der reduced ein bisschen oh hoch Moment pö oh 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 das war ein bisschen footen oh nein Moment das ist mein Trank das ist mein Trank ja cool sehr schön sehr gut gemacht Moment jetzt will ich mal hier rein so was hat der letzte ah der Zug kürzt oh Gott oh ne ich hasse diese Leute Schande über euch hm so ähm gut gut komm her ach dann lassen wir ihn mal in die Lava gehen hier da freut er sich bestimmt hat da bisschen mehr zu tun sonst langweilt der sich noch und ich hab den Feuerschutz dann ich hab auch Feuerschutz okay oder ach hier ist das Blöckende das ist nicht so was ich mir vorgestellt habe aber ich hab ne richtig krasse Spitzhacke ach ach nein nicht um die Wette stecken ach das kann ich gut und dann noch mit Zub also das finde ich das ist jetzt bisschen lächerlich oh mein Gott Hä 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 er hat mich erst weg gehittet und dann da ich im Spinnennetz er hat mein Spinnennetz abgebaut mich gehittet und dann hab ich ihn gehittet er ist runtergefallen ok ok komm das Feuer weg die ganze Zeit ja hm keine Ahnung warte mal guck mal hier ein bisschen guck mal hier jetzt Feuer weg wirklich hier auf deiner 1,5 5k ah ja ja ok das weg kannte ich nicht hm ui ah internet ich bin grad kurz laggy gewesen ich auch also ich hab ne in der Ferse ja also ich auch ne ja nice ich würd sagen let's fucking go in die Mitte und grad mal wer ne Blume hat nice grad mal wer in der Mitte ist hm bis dein Mäd wartet ach das die Mitte ich hab grad zu den Gegnern geguckt Lula wie man schön deine Maus immer hört weißt du der grad gegen den Gegner stirbt weißt grad wer ja Mist wär grad gehauen ne vielleicht warte mal wer der kommt hm ich nicht das konnten wir jetzt nicht wissen aber da oben da sind welche ja seh ich mach mir mal kurz schöne Brustplatte so huiui holla die Waldfee jawoll ok ah nein dankeschön ha einen hab ich ach hier gibt's echt zu viele Enderperlen bestimmt auf der Map ist irgendwie extrem gerade braucht man gar keinen Enderperlen Enderman nicht mehr das stimmt wir werden ja beide auch geein ich geh jetzt einfach kamikaze jetzt noch ein Bier auf der Platte die weit schon bekommt weg so hier drüben sind Gegner bisschen wandern gehen moaaain servo ja egal davon haben wir den hier und der rennt wieder weg wunderbar das ist elefant hast tisch einfach wunderbar auch mein schwert ist schon zwei hälfte kaputt ich habe keine genau das blende ich jetzt nach jedem kill ein das ist mein neuer freund vorstellen und genie hallo genie jetzt zeigt er wieder nach hier her ist und mal so hier dreck weg damit das ist jetzt die eine million euro frage ja die frage ja ich glaube ich weiß wo aber nicht bei uns an der stelle beende ich auch das heute video wenn es euch gefallen hat lasst eine positive bewertung da und schaut beim just bezois unten in der beschreibung verlinkt vorbei ansonsten würde ich sagen haut rein und ciao leute ja